Hallo und willkommen zurück zu MyTime at Sandrock. Ich habe gestern 5 Stunden Elex 2 aufgenommen und ich bin immer noch ganz schön geschlaucht davon. Ich hatte eigentlich eine größere Sitzung auch für Sandrock geplant, aber... Oh, nee, nee, heute einfach mal nee. Wir haben mal eine Stunde oder so und dann vielleicht unter der Woche nochmal. Ansonsten würde ich sagen, dass wir das einfach mal... Kann ich den wieder anziehen? Ja, kann ich. Weil der Sandsturm ist ja vorbei. Dass wir das dann einfach auf nächstes Wochenende verschieben. So ein bisschen Vorproduktion. Und wenn alles soweit vorproduziert... Da ist noch Zeug, warte, ich sehe es doch ganz genau. So. Wenn dann alles soweit vorproduziert ist von Sandrock und Elex 2... Elex muss ich noch... Naja, ist geschnitten schon alles. Das muss ich nur noch einplanen, sag ich mal. Dann kann ich auch tatsächlich mal wieder Life is Fuel Your Own aufnehmen. Und was ich auf jeden Fall auch noch hoffe, ist, dass meine Stimme langsam mal wirklich... Also, Kranksein ist echt scheiße. Ich werde den Kram nicht los. Und was ich noch nicht gemacht habe, ist zu gucken... Haben wir noch Missionen, die zeitlich erledigt werden wollen. Genau. Warten auf die Anleitung. Genau, wir warten immer noch auf diese Bauanleitung. Großwildjäger. Warte auf den Termin. Das war heute, ne? Einen Tag, 16 Stunden. Essen vorbereiten? Das stimmt, ja. Was wollte er haben? Milch gedämpftes Ei. Haben wir Eier? Ne, ne? Und haben wir Milch? Ach, verdammt, falsches Spiel. Gedämpft, also Dampfgare wahrscheinlich. Ei und Milch? Reicht das? Ja, reicht. Cool. So, können wir das einmal abgeben? Warte bis zum nächsten Tag. Jetzt kann ich natürlich... Ich meine, ich mag das irgendwie mit den Quests und den Geschichten. Aber ich kann jetzt einfach nichts machen dadurch. Das ist so scheiße. Ich meine, ich könnte jetzt durchaus was anderes tun. Aber dann... Dann versau ich es mir halt einfach mit den Bewohnern. Das will ich nicht. Achso, nee. Schmieden möchte ich nicht. Ich habe einfach das Gewohnheit nicht an die Maschine gegangen. Das ist doch blöd. Wollen wir mal noch einen Daily Quest annehmen? Ich kann unbedingt die Bergbank upgraden, ne? Wenn ich jetzt nicht auf diese Daily Quest auf die Jagd und das warten müsste, würde ich jetzt mal in die Ruinen noch gehen. In diese Giggler-Ruinen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, das ist ja ganz schön auf den Fersen, ne? Die Sau. Bratwolle. Bratwolle. Moment. Kann ich das herstellen? Hm. Ich weiß halt auch nicht, was ich dafür brauche. Schnell speichern, okay. Ich nehme es mal an und wenn wir es halt absolut nicht herstellen können, dann lade ich kurz. Schmiedemaschine. Okay, ja macht irgendwie Sinn, geschmiedete Bratpfanne. Oh warte mal, da war noch was anderes. Da fällt mir gerade ein, kann ich das noch annehmen? Macht das Sinn? Das hier würde ich ja unheimlich gerne machen, aber ich brauche den Chromstahl wahrscheinlich später selber. Ähm, nein keine Ventile. Die Marmorziegel für Heidi. Kann ich drei Dinge annehmen? Wir gucken mal. Abgesehen davon, dass ich den Avio immer noch nicht mag. Er nutzt einfach alle aus, ist irgendwo ein Arsch. Entschuldigung. Wenn ihr den mögt, dann tut es mir leid, aber ich mag absolut nicht den Vogel. Marmorziegel können wir schon abgeben, aber wir machen vorher nochmal. Müssen wir mal mit einem Pferd oder irgendwas kaufen, ne? Haben wir genug Kohle für ein Pferd? 7800. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Bratpfanne. Drei Stück. Ach, das dauert jetzt einen Moment. Ach shit. Na, dann guckt man nach einem Pferd oder so und dann... Vor allen Dingen, wir sollen ja theoretisch gesehen bei Construction Junction auch Chips kaufen können. Das geht bloß nicht. Interessant. Karren mit einem Megafon drauf. Pferde. Ähm, ach hier vorne, ne? Pferd hat Geschwindigkeit, Ausdauer, alle nicht so pralle, das ist Max vom letzten Mal, ne? Maximus. Äh. Ne. Hab ich den Max genannt? Ja, Hottomax. Genau. Max. 517 die Woche. 517 die Woche. 517. Das Jack hat mehr Ausdauer, ist aber Arsch langsam. Hm. Die haben alle nur eineinhalb Sterne Ausdauer, ne? Aber das Ding hier ist schneller. Ja komm, wir nehmen das hier mal. Was macht er mit den anderen Pferden? Es variiert ja immer mal. Ich will nicht mit Cooper interagieren, oder? Hey da. Hi, wie geht's? Ja. Tschau. 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 Kann ich das Pferd jetzt kriegen? Das steht so auf deinem Kopf rum. Ey, warte Elsie, warte, warte, warte. Geburtsdach. Interessant. Geburtsdach. Interessant. Geburtsdach. Legend hat es, dass Martell dieses gigantes Pferd als ihr Freund hatte. Es muss ein paar Beispiele sein, wenn das Pferd richtig ist, oder? Oh Mann, die Elsie. Oh, jetzt. So. Jetzt haben wir wieder ein Pferd. Ganz schön fette Beine, oder? So Oberschenkel. Ich bin gut, Pferde sind so gebaut. Beziehungsweise der Hintern ist noch fetter als der Rest. Es sieht irgendwie so unförmig aus. So. Wie sieht es denn aus mit den... Das dauert noch drei Minuten. Ja, dann gehen wir erstmal die Marmorziegel ab, ne? Äh, da. Warum ist die eigentlich da? Ach so, der Brückenbau wahrscheinlich, ne? Genau. Hä, war die Brücke nicht am... Oh, noch doch, die war hier. Kann doch ne Weile dauern, ne? Grüß dich. Hier. Hm. Wir brauchen wirklich etwas, um uns zu schützen, um sich von diesen Sandstormen zu beschützen. Ja, du hattest ja schon gute Ideen. Interagieren. Beobachten. Creepy. Brrr. Warum? Ich mein... Oh, das gab tatsächlich Beziehungen? What? Okay. Das ginge mich bei Dings auch. Hey, Mian. Oh Mann! I hoje. Schnelle. Schnelle! Schneller! Schneller! Hm. Also ich werde damit jetzt schon fertig. Dreimal. Aber vorher die Brücke war doch... Vorher war die Häusern. Die war vorher nicht so stabil. Hm. Was ist denn das für eine physikalische Lösung hier? Das müsste doch eigentlich abbrechen. Ich bin jetzt kein Statiker, aber... Pferd, lass uns verschwinden. Okay, da bin ich mir jetzt hier gerade... Nicht sicher, ob ich das so will. Ähm. Okay. Warum auch immer. Seit wann steht da eine Kiste? So. Äh. Achso, ich will abste... Ne, ich will absteigen. Ach jetzt. War zu dicht an den Maschinen dran. Gut, Wasser haben wir noch. So. Also ich kann da nochmal zur Construction Junction gehen. Ich bezweifle, dass wir das da kaufen. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich meine, viel können wir, wie gesagt, aktuell nicht machen, weil wir halt den einen Auftrag haben. Morgen haben wir den nächsten Auftrag mit dieser komischen Feier von ihm. Äh. Das bringt mir meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Das ist doch scheiße. Ich hasse sowas. Hast du dir was vorgenommen und dann... Kennt ihr das? Man nimmt sich was vor. Das ging mir heute auch so. Ich hatte mir vorgenommen, die Videos zu schneiden und dann später länger aufzunehmen. Ich meine, ich habe die Videos jetzt alle fertig geschnitten. Ich wollte sie sogar noch einplanen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft, aber es kommt halt immer irgendwas dazwischen. Es gibt zwar Zeug, aber es gibt halt nicht das, was man da... Komisch. Das ist echt merkwürdig. Ich meine, ich kann ja nochmal... Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon geschaut, aber... Äh. Was war denn das? Äh. Da. Große Lage ist... Wie war denn das? Jedes Mal, ne? Upgrade. Genau. Ich brauche dafür 5 Mikrochips. Von der Gecko Station... Oder... Laden der... Ach, nee. Laden der Euphala Selvage. Das ist nicht Euphala Selvage. Wenn du... 5 Stahl haben wir. Ach ja, die Bronzeplatten wollte ich noch schnitzen lassen. Dann lasst uns mal die Bronzeplatten und dann lasst wir noch nach Euphala Selvage gehen. Gucken, ob da was auffindbar ist. Ich glaube, da war auch nichts, aber dadurch, dass wir jetzt eine neue Ruine aufgetan haben... Vielleicht haben wir Glück. Genau. Ich habe das beim letzten Mal auch schon verwechselt. Ich dussel. Hey. Wo ist denn das Pferd? Da. Aber die Katze war noch auf dem Rennen. Bon. Ich habe schon einen Questmarker auf der Map. Nee, oder? Nee, keine Nebenquests und nix. Okay. Oh. Doch, tatsächlich. Mikrochips. Oh, nur einen. Einen. Haben wir doch mal einen Motor mit, ne? Das ist doch scheiße. Nur einen. Einen lausigen Mikrochip. Das haben wir immerhin schon zwei. Das heißt, noch drei Ingame-Tage. Oh. Das ist gut. Vor allem. Wo ziehen die das Zeug mal her? Her. Stimmt ja. Der Sorter. Ach ja, Bronze hatten wir, glaube ich, eingeschmolzen. Ich muss nur noch die Platten mal schneiden, wie gesagt. Ich nehme das hier mal mit. Dann gucken wir mal. Das Gebäude da drüben sieht auch nicht mehr gesund aus. Hoppala. Gut, vielleicht spült der Sandsturm auch zurück. Gold? What the hell? Gold? Okay. Ich glaube, ich hatte da irgendwas geskillt, ne? Krass. Ich weiß noch nicht, was ich brauche, aber... Sag nicht nein. Besser haben als brauchen. So, das darf ich Schaksu nicht erzählen. Aber sonst ist das Gold weg. Pferd, was machst du? Glänzende Skorpion. Ach ja, das hatte ich auch geskillt. Für was sind die Dinger eigentlich gut? Kann ich sowas auch kriegen und für mich arbeiten lassen? Glänzende Skorpion. Oh, wir könnten mal gucken, ob wir irgendwas im Museum abgeben können. Kein öffentlich... Kein öffentlich... Kein öffentlich-nutzen wird von vielen Verkäufern gefragt. Okay. Hm. Ja, lass uns mal Richtung Museum gehen und vielleicht können wir irgendwas abgeben. Aber vorher gucken wir mal, ob... ...das Zeug fertig ist. Hm. So, die Bratpfannen sind fertig. Sehr gut. Kann ich damit auch kämpfen? Haben die Statuswerte? Ähm. Ja. Sieht nicht so nach aus. Gut, gewundert hätte mich das jetzt tatsächlich nicht, weil... ...in den meisten japanischen Spielen... ...Fantasy Star Online war so ein Ding. Das habe ich unheimlich gerne gespielt. Da konnte man halt... ...habe ich jetzt automatisch auf... ...habe ich jetzt alles sortieren gemacht? Ich habe dreimal draufgeklickt, oder? Ja. Ähm. Da konnte ich halt... ...ne Bratpfanne irgendwo durch die Quest kriegen. Und ein Wok. Und das hat als Waffe funktioniert. Zu meinem Zeitpunkt, als ich das bekommen habe, weil ich es sehr spät entdeckt habe, ...war das halt Schrott. Das war halt... Man hat nichts mehr getaugt als Waffe, aber es ging. Mabel! Deine Bratpfanne! Hi there! Thank you! Bitte schön. Beziehung mit Mabel 15, ruf in der Werkstatt. Sehr schön. Glaube. Heimweh. Na ja. Okay, ciao! So. Das müssen wir mal verfolgen. Großviertjäger. Ich bin gespannt, was das wieder für ein Käse wird. Ähm. So, was wollte ich jetzt? Scheiße. Äh. Mist, wo wollte ich hin? Ähm. Shit. Vergessen, was ich wollte. Kurz Gedächtnis, ey. Kurzzeit Gedächtnis. Ähm. Wir können ja mal... Ach genau. Hier ging es doch zur Gecko-Se... Kommen wir da noch hin? Oder war das ein One-Way-Trip fürs Erste? Speichern. Ähm. Ich glaube, das ist so nicht gewollt, oder? Oder? Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Uh. Pferd. Pff. Ja, renn mich nur um. Danke. Teleportierende Pferde, ey. Ohne Scheiß. Ziegenbogen, nein. Wahrheit, okay. Pferd, dass Wahrheit heißt. Das ist noch nicht schlecht. Was gibt's hier noch? Ach ja, der Laden. Brauche ich nicht in die Dings rein. Stimmt, das habe ich ganz verdrängt. Kritische Chance. Oder was mit Glück? IchANiek. 24 25 53 95 Sterrefen,